Wir verfolgen zurzeit eine starke Bewegung an den internationalen Aktienmärkten und den Kryptowährungen. Die Frage lautet jetzt, was sind die Gründe für diese Einbrüche oder starken Bewegungen? Mit einem gewissen Erstaunen nehme ich das oft auf mich kläglich wirkende Gestammel bestimmter Banker und Vermögensverwalter zur Kenntnis, die vor allem eines wollen, beruhigen. Damit haben Sie natürlich auch recht, denn ein panischer Aktionismus ist immer falsch. Aber man sollte diese derzeitige Situation auch wieder einmal nehmen, hier ins strukturierte Nachdenken zu kommen, wie ich es immer wieder in meinen Webinaren versuche, zum Besten zu geben. Also der Reihe nach. Ich möchte es hier ein bisschen zusammenfassen, worum es aus meiner Sicht geht. Es ist zu viel Geld im Umlauf und die Architekten und Steuerer der Weltfinanzen müssen die Geldmenge eindampfen. Natürlich nicht zu ihren Lasten, sondern auf Kosten der gutgläubigen Bürger. Die gesamte Ökonomie, nein, letztlich die gesamte Welt, steht vor einer Transformation. Die Systemspieler werden jetzt verstärkt auf Krisen und Crashs setzen, während sie selbst immer vorher in Sicherheit gehen. Wir sehen es aktuell am dramatischen Kursverlust sogar bei den Vorzeigeunternehmen wie Apple. Wenn man dann jetzt analysiert, dass der Großinvestor Warren Buffett zufällig ein paar Tage zuvor seine Aktienbeteiligung bei Apple halbierte, also große Mengen der Apple-Aktie abgestoßen hatte, dann bleibt nicht nur ein gewisses Geschmäckle zurück, aber das ist natürlich eine Verschwörungstheorie. Große Investoren können nämlich durch Geldumschichtungen massive Krisen auslösen und sie auch wieder auf Knopfdruck beenden. Diese Macht über die Preisentwicklung ist ein Fiasko für alle normalen Anleger, die durch diese Machenschaften zum reinen Spielball, der wirklich reichen werden, BlackRock und wie sie alle heißen, Mengard. Die Notenbanken haben dabei ihre Einflussmaßnahmen praktisch und faktisch durch eine jahrzehntelange praktizierte Fehlpolitik mit vielen inkompetenten und charakterlich geeigneten Managern verloren. Da haben wir oft darüber gesprochen, zum Beispiel in den Podcasts, vor allem auch umfangreicher natürlich in meinen Webinaren, die ich immer wieder mache. Der normale kleine Anleger bzw. Sparer wird wie immer der Verlierer dieser ganzen Maßnahmen sein, da die Geldmenge massiv vernichtet werden soll, um Zeit zu gewinnen. Dabei wird natürlich mit fadenscheinigen Gründen eine andere Ursache von Crash propagiert, wie der Russe ist schuld oder der Klimawandel. Natürlich wird auch die Karte der Pandemie immer wieder gezogen werden. Unsere Hörer kennen ja diese ganzen Spiele. Entscheidend ist jetzt, richtig zu reagieren. Als Bürger, Aktien, Festzinsanlagen, Investmentfonds, aber auch die sogenannten Kryptowährungen stehen bei diesen unkalkulierbaren Entwicklungen stark unter Druck. Denn niemand weiß, wann man die Kurse plötzlich einmal wieder nach oben treibt oder sogar final in den Untergang treiben wird, was aus meiner Sicht irgendwann kommt. Nicht umsonst spreche ich immer wieder davon, in dieser aktuellen Zeitqualität, das Pulver trocken zu halten und abzuwarten, bis wieder eine saubere Kalkulation für sinnvolle Renditeanlagen möglich ist. Ich bin halt kein Zocker. Ich muss mich hier leider wiederholen, wie ich es auch in den Webinaren natürlich dann noch ausführlicher tue. Viele unserer Hörer kennen das, was ich jetzt gerade sage. Das Prinzip des Systems ist eigentlich einfach erklärt. Die Intelligenten leben von den Dummen und die Dummen von der Arbeit. Und die Anteile der Arbeitserträge, die man sich erarbeitet hat, die man sich dann auch zur Seite legt, die also dadurch zu einer Art geronnenen Arbeit wird, das ist ja das Sparen geronnener Arbeit, die man dann wiederum zum Beispiel im Alter wieder auflösen will. Genau diese Sparvermögen, die sind jetzt akut gefährdet. Wer jetzt wach bleibt, ist klar im Vorteil. Meine Prognose? Es beginnt eine neue Zeitqualität der Geldvernichtung, um den totalen Crash vorläufig zu verzögern. Wir werden in Zukunft verstärkt schwere Einbrüche der Kurse erleben, aber auch unerwartete Kurs-Explosionen, die einzig der Umverteilung der weltweiten Vermögenswerte zugunsten bestimmter selbsternannter Eliten dienen. Deshalb ist heute die Vermögenssicherung wichtiger denn je. Wir könnten schon in einer absehbaren Zeit eine dramatische Massenenteignung der normalen Sparer und Anleger erleben. Was sich heute noch gar keiner vorstellen kann. Darum ist es so wichtig, wesentliche Teile seines Vermögens diesem Spielgebaren zu entziehen. Das ist ja möglich. Wer jetzt mitdenkt, ist also ganz klar im Vorteil. An den Börsen ist die Stimmung gekippt. Es herrscht ausverkauft. In Japan kam es zu historischen Kursverlusten und auch der DAX gerät heftig unter Druck zurzeit. Dahinter stecken wie immer verschiedene Ursachen. Die Erklärungen werden aber vor allem in der Tagesaktualität gesucht. Und da wird man natürlich auch immer fündig, logisch. Wir erleben zum Beispiel neu aufgeflammte Ängste vor einer Wirtschaftskrise in den USA. Die ist natürlich auch berechtigt. Aber diese Gründe sind weniger aus der aktuellen Nachrichtenlage abzuleiten, als aus systemischen Gründen. Die zweitgrößte real bewertete Volkswirtschaft USA ist in einer schweren Bedrängnis. Das jahrzehntelange Exportgeschäft der USA war die Weltinflation und die militärischen Annexionen von Rohstoffen. Was meine ich damit? Die USA kaufen grundsätzlich mehr Waren aus dem Ausland ein, als sie ins Ausland verkaufen. Und diese Differenz nennt man Außenhandelsdefizit und muss natürlich von USA ausgeglichen werden. Aber wie machen die USA das? Ganz einfach. Man druckt einfach neue Federal Reserve Dollar und überweist sie in die Exportländer. Federal Reserve Dollar ist der US-Dollar. So nennt man den eigentlich, aber es ist ja kein US-Dollar. Aber das ist ein anderes Thema. Da aber der Federal Reserve Dollar die Weltleitwährung ist, also alle anderen Weltwährungen am Dollar gewissermaßen gekoppelt sind, führt diese neue Dollarmenge zu einer erhöhten Geldmenge auf der Erde, wenn USA das Außenhandelsdefizit durch Drucken ausgleicht, also anschreiben lässt gewissermaßen. Eine erhöhte Geldmenge, aber ohne eine entsprechende Erhöhung der Waren und Dienstleistungen, führen zur Inflation, weil sich nun mehr Geld um die Waren prügelt, die einzukaufen sind. Das führt zu steigenden Preisen, was wir ja alle kennen, wenn wir einkaufen gehen. Das perfide Spiel aber ist, dass nicht nur der Dollarankaufkraft verliert, sondern auch alle anderen internationalen Währungen, die am Dollar gekoppelt sind. Und das sind quasi alle Währungen auf der Welt. Man muss bei diesem Zusammenhang verstehen, dass die USA ihr Außenhandelsdefizit gewissermaßen damit auf alle anderen Länder über die Inflation abwälzt. Das heißt, dass die Welt als gesamte Wirtschaft die Außenhandelsschulden für die USA bezahlen. Noch einfacher, die ganze Welt finanziert seit Jahrzehnten die USA durch die Finanzarchitektur in maßgeblicher Weise. Dieses irre Modell zulasten aller anderen Ländern auf der Welt und zugunsten der USA, weil das Ausland die Schulden der USA bezahlen muss, die durch diesen Vorteil übrigens die größte Militärmacht der Welt aufbauen konnten, da wollen jetzt viele Länder nicht mehr mitspielen. Zumal die USA ja nun auch nicht jeden Tag dankbar vor dem Ausland demütig in den Staub fallen, weil sie das Ausland ja finanzieren, sondern das Gegenteil findet statt. Diese sich ausbreitende Erkenntnis bringt die US-geprägte Systemwirtschaft nun ins Wanken. Man vermeidet natürlich mit aller Kraft eine solche Teilanalyse, die ich hier mache, die ja das System in Frage stellt, weil dann eine Kernschmelze des Finanzsystems die Folge sein könnte, was zum größten Zusammenbruch aller Finanzstrukturen der Weltgeschichte bedeuten würde. Also spricht man lieber von einer Furcht vor einer Eskalation im Nahen Osten zum Beispiel zur Zeit, die die Panik an den Aktienmärkten ausgelöst haben sollen. Was ja auch nicht völlig falsch ist, aber ich bin sicher, es gäbe vieler dieser furchtbaren Kriege und Anschläge nicht. Gäbe es ein funktionierendes Finanzsystem, wie wir es zum Beispiel bei der Wissensmanufaktur seit über einem Jahrzehnt im Plan B fordern. Aber durch die Kriege und Revolutionen kann man immer wieder Gründe finden oder erfinden, um Börsencrashs zu verursachen, die man braucht, um die Geldmenge auf Kosten der meist kleinen Anleger einzudampfen. Der deutsche Leitindex DAX, der brach am Montag das dritte Mal in Folge ein. In Asien, wo Technologiewerte absackten, herrschte erneut Ausverkaufsstimmung und das strahlte natürlich auch nach Europa aus. Auch die abgekühlte Begeisterung für das Thema künstliche Intelligenz, die ja auch ein Treibstoff für kurzfristige Aktienrallys war, das fällt gerade weg. Es wird erkannt, das Wachstum im KI kommt mit ganz enormen Kosten daher, was bei den Unternehmen massiv die Gewinne reduzieren wird. Und neben Aktien standen auch die als hochspekulativ geltenden Kryptowährungen unter starkem Verkaufsdruck. Untertitelung des ZDF für funk, 2017